herzlich willkommen zurück zur minecraft wg mit der vampirischen shizuka hallo mit dem irren brother mit dem noch der architekt payne und der bayerischen julia eine schöne sternenklare nacht hier draußen heute noch mit vielen zombies und skeletten weil ich da einfach eine eine pflanze macht nicht was es soll angenehm ich gönne mir mal ein bisschen von dem weed auf dem feld ich verstehe nicht dass warum die pflanze das nicht was er machten soll habe ich zu wenig mana was ist los na guck mal wie viel mana du hast ist leer aber warum ist das leer wo geht das ganze mana hin war erfolgreich shizuka kommt der ist konstant da rein und dann geht es verloren oder unser ganze aua hier lebt ja alles das ding geht weg sagt es dem skelett baby skelett schießt auch auf mich was sagen ich habe doch was riefer mäßiges gehört ich glaube einfach sie ja noch mal hier drin habe ich glaube ich geportet in meinem pool fehlt meiner nein lass mich in ruhe nein ich will nicht nein 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 aus voll ja wegen dem leck wurde ich gerade gehauen das war so ein komisches leck so gottes wenn ich dachte was kommt dafür selbst an das war ich hey wir werden pfeile hinterher geworfen wenn sie nur hinterher geworfen sind wäre mir ja wurscht aber ich krieg's über den arsch geschossen was explodiert denn da schon hier alles ja das auch ja was meinst du was da gerade für ein zoo hier draußen unterwegs ist ich glaube wir werden alle irgend so ein bisschen vermöbelt ok fast alle äh rather du weißt das weit den element bei uns spawnen anscheinend ja wenn du das wenn du das nicht ausschaltest ja gut ok ich lass ein bisschen an ne wenn der element reicht ich habe keine kohle mehr was kann man auch doch hat sich erledigt was würdest du kann ich verdammt wieso habe ich nur 16 müsste schon blau keine ahnung ok was willst du benutzen verdammt sprig verdammt sprig verdammt oder was verdammt ich habe überhaupt keine ahnung verdammt das ist ja sowieso es ist nichts neues es ist nichts neues es ist nichts neues es ist nichts neues was tust du wirst du bei deinem haus wieder verprügelt nee es wird hell achso hm aha rein da rein da rein da meinst du du kannst tags draußen bleiben wenn du einen entsprechenden sonnenschirm und so hast was wirst du mal ausprobieren warum ist denn hier ein creeper bei mir explodiert wie geht denn das ja die die haben da irgendwas in sich und wenn das triggert dann machts bumm und dann zerreißt es die ja die haben ein chili gegessen war denn irgendjemand auf mein grundstück weil das ist ja mitten auf mein grundstück explodiert wo kein wo ich nicht war nein ja ja außerhalb seines grundstücks habe ich was explodiert ja wie kann denn da ja wie kann da der creeper explodieren was ist eigentlich die geschichte von minecraft alles kaputt gemacht bei mir war einmal ein creeper der eine kuh sein wollte oder was ein schaf ein schwein ein schwein er stimmt ein schwein ein schwein das ist die geschichte hinterm hinterm creeper aber nicht hinter minecraft ich sitze ja mehr geschichte wusste ich nicht das weiß ich wieder was ich eigentlich machen will das ist ja ein missgestaltetes model gewesen es sollte eigentlich ein schwein werden es hat dann total komisch aus der fand es lustig und hat es übernommen ja aber was hat minecraft irgendwie so eine geschichte oder so das ist ein fall für galileo mystery was ist denn immer für musik abgespielt du glas come in and find out man alles kaputt hier ich hasse das und wieviel hast du dafür jetzt bekommen also ich will auch schon ein bisschen Anteil davon haben danke werb Anteil an was und wem an der werbung achso ja nix ja lol ich habe ja den weg rausgesucht ne cool peanuts wird doch mal unendlich ich mag nüsse mag nüsse nochmal erdnüsse er mag nüsse erdnüsse 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 verstehe ja bei mir auch oder was sagen sie denn brother was das sieht schon wieder zusammen geflickt aus hier zusammengefickt 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 ja das ist gerechtfertigt ja theoretisch gesehen nicht dass ich es trotzdem mache war ein Unfall was? nichts was? ja wenn ihr nicht zuhört irgendwas war ein Unfall ja wie? scheinbar nein Zuckerrohr anbauen ohne dass mich die halbe Umgebung frisst sie ist doch ne rubber tree hat einer einen? äh warum ist denn hier eine spinne da? so die können ja da rüber au kann gucken ob ich setzlinge habe aber that would be so nice katzje eiche jungel oh das erinnert mich an was anderes eichensetzling ne ne ich bilde mir zwar ein dass ich schon mal Rubbers äh so gedingst habe aber ach das ist doch eher häufig oder? aber in dem Wald hinter der Bibliothek glaube ich sind durchaus mal so zwischenrinnen wie diese Rubber Bäume ok ich guck danke huch ich ich hab ne Enderlily von irgendwas gelootet interessant cheetah cheetah gerade wolltest du noch den Ring aushaben willst du mich für eigentlich verarschen? ne so kippe du hast doch vorhin Weizen äh Weed abgeerdet hast du davon Samen mitgebracht? äh die habe ich bei mir angepflanzt ja ok nevermind ähm ich möchte die wieder stehlen ja ja ähm was ich nicht zufällig wolle oder? so theoretisch schon einfach nachgucken irgendwo wird das sein jetzt habe ich schon einen Zaun und Kripa gehen trotzdem bei mir in die Luft ohne das irgendwann in der Nähe ist das ist schon mysteriös wofür gibt es Spinnweben? äh Spinnfäden ach ich habe zwei Enderlilyen abernten können hihihi warst du bei mir oder was? nein bei mir ich habe ja selber oder muss vielleicht immer vielleicht sind meine auch schon gewachsen also meine zwei waren gewachsen ich musste gucken ob der eine fertig sind ja ich muss gerade Mana herstellen dann mach das ich will es ja automatisieren aber irgendwie klappt es ja noch nicht so wie ich das gerne hätte ich wollte hier ausschalten dass diese Pflanzen die zum Beispiel diese Hydro Dings da kaputt gehen nach der Zeit aber leider kann man das nicht mit der Mod Version nicht mehr ah schade weil es eigentlich ist es nur nervig das immer wieder herstellen zu müssen ist ja kein schweres Rezept für die Pflanzen kannst du das irgendwie automatisieren oder so? ja dafür muss ich Mana ich musste meine ganze Mana Produktion automatisieren dafür weil klar kann ich das automatisieren aber das Problem was er jetzt die paar Male war ist er hat ja schon immer ein gewisses Gras äh Gras gemacht und das war mehrmals Creeper ja meine Baumfarmen funktioniert jetzt theoretisch auch schon die kann schon alleine Bäume fällen und Bäume anpflanzen aber ich krieg noch nicht genug Mana raus genau ich mach das natürlich alles mit Mana es gibt sogar noch Pflanzen die das Wachstum der Bäume beschleunigen würden aber die brauchen ja schon wieder Mana ach so da solltest du erstmal ganz viel Mana ja äh ja äh und die äh Wimmer muss ich weg machen weil das ging nicht äh die brauchen nämlich einen Erdplatz und bei Erde kann ich äh ach ist egal hab was mit Platzieren der Bäume zu tun so hab ich echt kein Cobblestone mehr wow ja toll faszinierend wappelalle wappelalle was haben wir denn hier? ah Pflanzen 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 können überhaupt nicht hin suchst du was bestimmtes Pein? die drei landen ist also nur so da ja gut weil ich will hier was bauen da kannst du das holz ruhig abbauen ich brauch den platz ja eh mehr wollte hier ein gewächshaus hinbauen du musst jetzt da unbedingt einen crafting tisch hinstellen ja der kommt wieder weg unglaublich unglaublich ich hatte einen rubber tree aber ich habe die art wieder ausrotten lassen ja das ist voll doof versuche ja da liegt ein grab von dir ich weiß ich hab's vergessen abzubauen dann wird's hell wir brauchen so viele untergrundgänge von meinem haus das ist eigentlich gar keine blöde idee ne so richtig blöd war die nicht da versteckt hinter einem bürger das bücherregal oder so ja gut das muss man dann haben wir hier mal lisses dort die opfers nicht oder? wat? warte mal ob nicht schade weil dann hätte man es wirklich machen können ja das wäre echt cool gewesen mit redstone ja redstone pistons oder das typische ding mit den bildern wo man durchgehen kann weiß nicht ob das immer noch funktioniert das ginge auch müsste man probieren wir machen einfach ich habe hier hinten der raum ist eh ein privatraum den wo wir hier hinten haben wir bauen dann einfach ein pfundsystem zu dir hinter ja dazu muss ich erstmal ausbuddeln hinten ja bisher ist da eine mauer und eine treppe die zehn blöcke tief geht oder so ich dachte das hier wird die vorneecke wie was? vorneecke ja hat sie nicht gesagt abgenennt achso die in der darkroom jo ich habe voll ne spiele jetzt immer versteck mich nicht ich habe voll das geile haus gefunden im dschungel das ist das baumhaus von julia ach das ist julias baumhaus? ja aber das ist noch sehr komisch bis jetzt gefällt es mir noch nicht ich habe schon den stil schammer gefällt er ist schon voll am abbauen wow ich wollte das gerade looten hättest es nicht gesagt kannst du mir mal shizuka aus dem holz treppen machen ja in der kiste könnte noch mehr sein von dem alles alles klar immer wieder versuche zu fliegen zu viel im falschen minecraft modus gespielt ja ne nicht im falschen minecraft modus auf dem anderm server kann sie einfach fliegen oder hat jetpack also ich habe auf dem anderm server habe ich jetpack und einen tom croft jetpack also ich habe nur jetpack und angel rings ja ich glaube die angel habe ich nicht waaas ja auch ewig nicht gespielt ja auch ewig nicht gespielt ist da noch mehr von dem holz drin dass du noch mehr treppen machen kannst äh moment stecker ich glaube ich brauche ein stecker oder so das reicht ja erstmal weil das haben wir mal gewisse Leute hinterlassen wie viele treppen brauchst du? schon ein paar ich will ja ein schöneres treppenhaus ich glaube ich habe zu viel gemacht die kommen schon weg anderthalb stacks schau wir mal dann landen sie halt in der kiste gib 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 ach mir fällt ein jetzt brauche ich ja hast du noch normales übrig gelassen? äh sieben stück ja das müssen wir halt noch nachher schauen äh das so wird das nix na 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 normale ach ich habe sie dir hingeworfen ich kann auch mal was schauen hm ist da was drin? ich würde sagen wir beenden die Folge und machen eine neue ne? ok bis dann tschüssi 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 tschüssi